Red, Red Heroes! Ich kann ja mal ziehen dann wahrscheinlich. Oh kacke. Kannste? Zieh mich. Okay. Weg. Wohin jetzt? Ah. Ah, okay. Gesundheit. Okay, ich bin ein Teleporter. Ja. Wir haben da schon wieder tausend Sachen verpasst. Echt? Ja, oder? Ich hab so das Gefühl. Stimmt nicht. Oh kacke. Ich hab immer das Gefühl. Hier guck da, hast du gesehen? Ach ja, passt. Ja, stimmt. Ach Gott. Diese Noob Moves, alter. Oh Gott. Nein! Ja, die kommen wieder. Ah, alles. Okay, warte, warte, ich geh nicht um. Okay. Oh, was zum Puzzle. Oh. Piu. Juhu. So. Warte, wo fliegt der hin? Kann man mit dem was anfangen? Kann man ihn töten? Schlagen? Keinlich. Oh, ne. Kann man nicht. Echt? Der fliegt da so rum, als wollte der irgendwas. Oder könnte der irgendwas. Oh, nein. Oh shit, was mach ich? Oh, ne. Da oben ist nichts, guck mal da. Doch, da muss was sein. Warte mal hier. Ja. Ja, ich brauch dich hier. Ja, wie denn? Yes. Oh. Bleib bitte stehen. Lass doch mal los. What? Was ist das denn? What? Secret Junge. Alter, die Mucke, der rappt. Der rappt. Ich hör nichts. Bleib mal stehen, bleib mal stehen. Hier kann man nicht stehen bleiben. Ja, lass mal. Ey, sau geil. Da ist ne, da ist ne Wolle. Ja, ja, ich seh nichts. Wolle die Wolle. Ey, das war richtig. Nein, die Wolle. Da haben wir echt random. Random. Ja, ja, ich hab die Wolle. Mal richtig schön random so ein Secret Level gefunden, ey. Ja. Das war alles, wir können raus. Jetzt sind wir, sind fertig. Oh Gott, wo bin ich? Hier bin ich. Nein. Nein. Jetzt aber. Yes. Sau geil, der macht so. Ja, irgendeiner hatte auch geschrieben. Oh, das hätten wir mal nochmal checken müssen. Der hatte geschrieben, bei irgendeinem Level. Guck mal, alles geschafft. Plus, plus, Junge. Dass wir bei einem Level irgendwie... Moment mal. War das... Das ist nur halb. War das jetzt... Wir haben's guckt, das ist nur halb gelöst. Ja, hier müssen wir nochmal rein, weil wir haben das jetzt per Bonus Level beendet. Aber wir müssen... Ne, hier müssen wir nochmal rein. Nein. Stimmt, das war bei der ersten. Genau. Ja, genau. Da steht... Da steht jetzt B, weil wir jetzt in das Bonus Level sind. Aber wir müssen das hier auch noch normal beenden. Ja, irgendeiner hatte schon mal sowas geschrieben, dass wir irgend so eine Stelle verpassen... Ah, guck mal, die war jetzt echt mega secret. Die sieht man ja gar nicht. Ja. Und irgendwie sowas hätte es wohl in einem anderen Level schon mal gegeben. Wo hängt der denn jetzt? Ach, hallo. Was machen die da jetzt? Die sind so fluffig. Was hat das... Ich hab mich nicht bewegt. Ah, ich hab dich geschubst. Echt? Ja. Geh jetzt mal, bevor du in den Teleporter... Verges bitte noch... Ja, okay. Verges es. Asozialer, asozialer. Das ist die reale Scheiße. Nein! Äh, das findest du lustig. Äh, find ich lustig. Ja, shit, was mach ich denn hier? Guck doch mal. Was ist das denn? Ja! Guck, mein Typ ist einfach so gestört. Ganz ehrlich. Weil der so aussieht, oder was? Ja. Richtig scary. Komm, ich helfe dir mein Freund. Nee, stopp, wir müssen doch jetzt... Warte, aber jetzt nicht wieder ins Bonus Level gehen. Sondern jetzt nur gucken... Nee, ich darf jetzt nicht... Ja genau, gucken, ob da noch irgendwas ist. Nee, ist nicht. Guck, das Bonus Level ist aber trotzdem erreichbar. So ist... Ja, 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 klar. No! So, jetzt durch. Moment. Jetzt. Tschö, tschö, tschö. Ah, shizzle. Okay. Aua! No! Aua! Kann er dauern? Ja, danke! Hast du dich aber nicht aus deinem Leben genutzt, ey. Ja, so muss das sein. Nein, nicht so! Nein! Nicht so! Ja, wie denn dann? Weiß ich nicht. Ach so! Ah, Abner kannst springen damit! You got him a hole, nigga! You got him a hole, nigga! You got him a hole, nigga! You got him a hole! Oh shit! Leu, wo war... Ja, ich bin in den Block gespawnt, das war gecheatet! You got him a hole! Ohhhh! Ohhhh! Quack! Da versteckt sich so ein... So ein Irrer hinter uns! Ja! Ja! Oder hier so eine Katze auf dem... Ey! Wir haben doch was vergessen bestimmt! Naja, die Wolle! Naja, die Wolle! Jetzt kannst du rein! Okay! Komm! Das Spiel ist aber mega fett, ey! Ja, es ist immer wieder schön! Ja! So! Okay! Das war jetzt der normale Durchgang quasi! Ja! Es gibt immer fünf Stück, ja? Voll korrekt! Fünf was? Äh, fünf Wollen! Äh, fünf, äh... Nein! Diamanten gibt's zwischen fünf und sieben in einem Level! Oder vier und sieben sogar! Ja, ja! Ist immer unterschiedlich, ja? Ja, ja! Ja, ja! Oh shit! Wie kann ich jetzt die wieder... Guck mal! Ach, guck mal! Ja, was macht denn der Block hier? Die bewegen sich! Ja, ja! Ja! Du hast dich gefunden! Das war einfach da! Oh, ja! DJ! Oh! Ich find's halt immer wieder schön, dass es echt immer wieder... immer wieder neue Blöcke gibt, weißt du? Oh! Da muss noch einer... Ja, schön gemacht! Easy! Oh! Och! Kracke! Ich hab' die Kante! Ich hab' die Kante! Ich hab' die Kante! Ich hab' die Kante! Nein! Lass' die! Er steh' jetzt nicht an die Kante! Ja, klar! Ist stark gut! Hier brauch' man irgendwie wieder... Dual-Action! Keine Ahnung! Wow! Au! Ach so, ja! Komm' zurück zu mir! Und jetzt... Werf' ich dich! Ach so! Ne, du musst wedeln! Komm' wedeln! Komm' wedeln! Ja, du musst wedeln! Ach so! Ach so! Ich kann' über dir wehren! Ja, da hat's auch richtig was gebracht, ey! Danke, ey! Wow! Okay! Au! Aua! Take this! Whoa! Das hast' du denn gesehen? Das ist Eis! Eisblöcke! Auf! Hallo! Oh' die Dinger da... Oh, das ist... Oh mein Komm und Ey, noch nicht ins Ziel Da fehlt, da fehlt auf jeden Fall noch was Take this Man, take this Oh shit, ne Schnell, schnell, du musst den jetzt kaputt machen und die Crystal noch holen Was noch 8 Sekunden Oh mein Gott, das spawnt der in Das spawnt der in Oh GG Game Wirklich, jetzt müssen wir den Scheiß nochmal machen Oh mein goodness Guck, das Level hat nur 6 Ah ja, okay Guys, please Das war vom Spiel nicht in Ordnung Also wie? Warte Hallo Lass ich da immer auf den falschen Knopf drücken Oh Okay So Nee, sowas ist ja nicht in Ordnung, ne Hä? Das ist auch nicht in Ordnung Das ist auch nicht in Ordnung Das ist auch nicht in Ordnung Okay, Speedrun Speedrun, Speedrun Ja, sehr geil Ja, wenn man schon Level zum zweiten Mal macht, dann kann man auch Speedrun machen Richtig, da können wir uns erstmal blockieren Du bist einfach zu schlecht Ja Kann ich nur zurückgeben Warte, hatte ich da unten noch einen gehabt? Nee, oder? Nee Ich hab bisher alle Ja, nicht wirklich alle Bisschen alles gedodged, oder was? Ja, alles aufgesagert Nee, wala 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 Du mein Geld Oh Tchum Shit, 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 shit Gas, Gas, Gas Oh, scheiße Wollte in der Luft ne Granate werfen, dann bleibt der stehen Oh, Mann Oh, Mann Sehr schön Oh, ich muss sehen Ja, ja Komm Ja, nein Oh, kack Oh, du musst durch Pfff Die Stelle ist jetzt mal nicht so einfach Wenn man da ordentlich was dodgen muss Geschafft Ich hab die Katze richtig auseinandergenommen Ich hab der in den Angriff gedodged Und hab der in die Fresse und dann war die Instant K.O. War sehr nice Ich glaub wir haben sogar mal Das, äh, Dingens geschafft Die Uhr Die Zeit? Nee Krass Dann ist die, dann ist die Zeit halt doch einfach noch ein bisschen heftiger Die ist einfach zu gut für uns die Zeit Okay Und das letzte Level für heute Und dann ist wieder Shopping Time It's Shopping Time Okay Guck mal, man kann den Block in die Luft setzen Boah, ist hier so Ja, kann man auch Dann kann man nämlich damit auch sicher krasse Orte erreichen Boah Guck Genau so Oh ne Oh ne Und Boah, haben wir jetzt wieder rangebraucht, ey Ich hab mich blockiert hier, ich komm hier durch Ich hab mich blockiert hier, ich komm hier durch Ich hab mich blockiert hier, ich komm hier durch Ich hab mich blockiert hier, ich komm hier durch Holy moody So, äh, hier, was machst du denn du? Wir müssen doch noch, äh, äh, den Kristall da holen Ja Ja, dann viel Spaß dabei Ja, du Vollidiot, jetzt kann ich mich hier wieder zurücklatschen Oh, man Oh, man Oh, man Das war's mit dem Speedrun Als, als ob du da ne Sekunde Hoffnung dran gehäkelt hast Oh, man Man Ja Spawn halt Oh Wo spawn ich denn? Oh Du bist so behindert, ey Oh mein Lol Jetzt bin ich da oben What the fuck Also manchmal ist das richtig witzig Das ist ein bisschen random Cha-ching Cha-ching Hui Oh Werf mich Werf mich Juhu Werf Werf mich, aber sag's nicht dem Zwerg Nee, dem Elb Bleib drauf stehen jetzt Oh mein Gott Das ist das Problem, ich kann es tun Tschüss Ja, du könntest die Ty- ja Ah Was ist denn hier? Guck mal, da wutsch man Woah Wie kommen wir an das Ding dran? Nein, halt Links hier Oh Cool ist das Und jetzt durchschieben Juhu Boah, da ist man langsam auf dem Kackding Äh War da rechts noch was? Rechts rum oder links rum? Weil hier ist ein Checkpoint Mach, geh mal links Ich geh, ich geh rechts Okay Ja Und da ist die Wolle auch, siehst du sie? Oh, stimmt Oh Dann geh ich mir halt nochmal da lang Das Problem ist, ich seh nix Achso Achso Ich komm doch auf Ho Oh Oh Oh, das wäre anders Das wäre anders Sehr gut Weiter geht's Oh Ey, stoppt! Nichts weiter geht's Da ist doch noch was Wo denn? Oder? Was soll das sein? Naja, okay, ist okay Irgendeinen gibt's noch Oh Es gibt noch einen Ja, wir sind noch nicht am Ende Na, da ist Ende Aber nicht ganz Oh shit Oh Gott Oh, jetzt starte Dann starte ich hinter dir Ja, ja Wie meint ist das denn, ey? Nicht cool Ist das nicht cool, das Spiel Yay Zeit können wir sowieso wieder vergessen Ach ja, dann bin ich Mega homo Standard Achso, ein A ist ja schon wirklich gut Ich mein, das ist ja eine Eins Ja, ja Ja, schon, ne Hast du ein 1-Sabi gehabt? Nee Nee Deswegen, ich bin schon ganz früh bei den Spielschnitten Ja Na, wenn man nach unserem Abi-Schnitt geht, können wir auch einfach alles auf B-Spielen, ne? So, einkaufen So, gehen wir mal schuppen Schuppen Schuppen, joo Geh nochmal 3, wie viel habe ich? Ja 3 3 Stück und noch eine neue Waffe, jawoll Oh, was ist das denn? Oh, ein Ventilator, Junge Ich habe einen Ventilator gekriegt Ja Dann kriege ich Ja Ideale Kugel Ich finde die mega Ich finde die Granate, finde ich cool auch So, mal gucken, was jetzt hier geht Au, jetzt Aua Okay, dann gehe ich mal shoppen mal Was kann ich denn da Warte mal, stopp, bevor du shoppen gehst Was kann ich denn jetzt hiermit machen? Das sollte wegblasen Ja, das ist aber cool Ich laufe mir gegen dich an Weil, wenn ich das nämlich bei einer Katze mache Das geht immer für eine bestimmte Zeit Ja, ja, ja Wenn ich das aber neben einer Katze mache, dann geht die bestimmt kaputt Okay Geboten Ich kauf weiter runde Köpfe Oh, ein Elch Oh, ein Elch Das Auge habe ich auch So eine oben Ach kacke Ich spinne da mal rein So, ich hole nochmal ein Dreieck Oh Jo Schlecker Den Bart habe ich schon mal Glaub ich Schon mal hier den Kann ich auch sehen Bin ich eine Frau oder ist Was, 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 was Fehler beim Zugriff auf Steam Blablabla Der Gegenstand wurde nicht freigeschaltet Oh Bei mir, egal Ich fand den sowieso nicht so geil Aber ich habe keine 10 mehr Die Huren Tja Vielleicht habe ich es jetzt Da wird dem Simon am Ende dieser Episode einfach das Geld aus der Tasche gezogen Boah, Alter Voll die Trühe hier Wenn es euch trotzdem gefallen hat Dann klagt die Gebt ein Däumchen Genau, könnt ihr gerne ein Däumchen geben Und abonniert, wenn ihr das noch nicht getan habt Und ja, dann sehen wir uns auf jeden Fall in der nächsten Folge, würde ich sagen Ja Und der Simon sagt Bis dahin Hau da Tja Trö iss Tja Tja Kommt Ra Tja Tja Uns 不同